Meine Fresse ist das Creepy. Alter, du schüttelst bei mir voll den Kopf, Junge. Achso, kann ich dir gar nicht bei YouTube zeigen. Hä? Go-Go-Dingster-Boomster. Das ist nicht GEMA. Egal, ich spiele da trotzdem hoch. Alter, war das Creepy. Ich bin trotzdem schneller wie du, Apodos und so ein Gaylord. Ja, weil ich gerade zu zigzaggelaufen bin. Gleich kommt zwei Schüsse und droht zum Achter. Von der Mosin. Ja, jetzt bittet er den Gott an. Ne, man muss sich auch so in die Rede. Also so, aber in der Runde. Ja, wir sind gleich in der Leckzone. Hier geht die Party ab. Hallo. Hallo. Würde die alle mal einen Schritt zum Treten. Willst du dir alles mal einen Schritt zum Treten? Jesus, du was zu tun musst. Ich versuche, Dennis. Du was zu tun musst. Hallo. Hallo. Ich rede Deutsch. Heu Glück. Prozent Prozent und der Kammer zu Deutsch Prozent gut dass sogar die Geredete sich fast abgeschossen nicht mit was du hast du Bock nach Bärenzino mitzukommen oder willst du deinen eigenen Weg laufen äh ich suche einen Kollegen und der wäre wo das ist eine gute Frage wir wissen es nicht wir suchen uns ist der rechts am Meer oder ist der eher irgendwo in der Innenstadt erst bei einem kaputten Bus es gibt ja hier mehrere kaputte Büsse ja irgendwo am Meer genau äh sieht der Wald oder so aber siehst du Wald? oder dein Kollege? erst egal such den ein dann noch viel Vergnügen auf dem Server aber jo danke ich auch ich hätte dir fast erschossen das ist jetzt der letzte Ring bleibt alter beim kaputten Bus bin wohl verschwingen ja ich weiß so ein kaputter Bus steht der ist genau so ja es gibt hier mehrere ne ne aber einer der ist ähm wichtig aufwendig bei der ist links neben der Strecke ja aber ich habe ja auch noch gefragt ne ob er jetzt äh mehr rechts ist oder naja ja ihr fragt ihn nochmal wo wo dem sein Kollege genau ist ich hab doch grad schon gefragt nicht der Antwort wo ist denn dein Kollege? siehst du die Antwort nicht? hu und so ja wo dein Kollege ist genau ähm der ist an einem der Supermärkte aber ich glaube nicht an den näheren sondern an den unteren also an den den unteren Supermarkt wo es denn hier wird ich kenne einmal den Supermarkt da unten gleich oder müsste hier gleich eigentlich irgendwo in der Nähe sein ach da vorne da vorne wahrscheinlich und der hat aber nicht hier in dem in der Nähe sondern an dem anderen glaube ich also ich frag ihn gleich nochmal lass doch nicht mehr ich glaub hier gibt's gar keinen anderen Supermarkt doch hier gibt es doch doch das weiß ich ja äh die Supermärkte die du meinst die beiden lebt nix neben uns also sie sind relativ aneinander relativ aneinander die sind genau links in den linken okay warte ich frag nochmal und dann guck ich nochmal auf die Karte und dann sag ich euch gleich Bescheid ja mach das dann ist er immer schön am looten ne da wird er Spaß die 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 nix nix mit dem ich bin immer was es denn am besten gehen das ist ein gutes Lied der warte ein crazy Lied hab ich so wie deine wie deine Maske okay also ich hab heute mit Kumpel gesprochen denn also es gibt ja einmal den Supermarkt der da vorne jetzt irgendwo sein müsste glaube ich an dem ist er aber leider nicht also der ist an dem anderen der weiter oben glaube ich ja genau der ist genau links neben uns also er ist nicht in der Stadt sondern er ist außerhalb der Stadt der ist links mitten in der Stadt naja der ist an dem unteren Supermarkt also an dem der weiter weg ist hat er gesagt von dem Teil hier ähm wo die Häuser sind da wo der Leuchtturm ist nein ja genau da irgendwas mit mit großen Blocks gesagt hier große Blocks ja genau das ist das ist genau neben uns achso das ist genau neben uns achso na dann wer ist da oben drin also er hat gesagt dass er da ist äh das ist der andere bist du sicher ja klar der hat ein der ist der du schiffst vor die Parason ich geh nur nochmal wenn ich kurz darf in das scheiß Teil hier reingucken ja klar mach mach ach das wir bleiben kurz hier Junge jetzt mach ich mal die dann Junge okay das gibt ja voll ab das Lied ohne Scheiß gerne 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 oh schöne Fügelein hör auf Junge hör auf Junge hör auf Junge hör auf Junge hallo was ist das denn wer ist das das ist ein neues Gesicht hey buddy das ist ein deutscher Mann doch da zur hat das ist das über früge und holen muss das machen und этот habe ich Prozent des Richts und der Blutten und Blutmesser und von Mordensburg und der Nizier Alter was wird man auch im Kopf oder er hat man stehen sonst hätte Schott meist nur noch sind folgt die G die Schiedsrichtung ihr werdet vor Ort und Stich st stückbrotung stürbt weiter nach fünf Zirkus Affe Junge er kann bei Nelson Mandela auftreten ich habe den richtlichen mitgegeben beim drehen erst mal nachladen also eine die die ihre Befugt neil er hat er gilt für die jahre zu gehen aber der Versuchung der Verlust noch was ist denn was dabei hat nun haben wir richtig er hat nichts wer damit ich habe den Schanz gegeben eine erhebliche Schöne gesündiger Mensch aber wenn er hier so im Kreis Lüftien und Zirkus Affe Junge wo wir dürfen und hat mit dem anderen aber die mit dem empfiehlt der mit der mit der mit der leite der bischof das ist auf den Kopf geschossen das Leben der sich der hat mich angeguckt weißer als als Prozent als wir versucht haben den zu heilen der auf dem Boden lag dann habe ich in die Richtung nach hinten geguckt als in die Richtung wo der wo der lag also wo der mit dem Kopf hin gezeigt hat und dann kommt in dem Moment kommt da einer um die Ecke und ich hab den noch kurz angevisiert hab noch zwei Schüsse abgegeben ich weiß aber nicht ob die getroffen haben und dann ja ich hab aber auch voll oft auf den geschossen und dann habe ich ja die ganze Zeit gehört und dann hat einer gesagt ja das war eine perfekte Falle und mir kam das schon direkt spanisch vor als der gesagt hat wenn die die ganze Zeit irgendwas gesagt haben zu dem dass der das hier ungefähr so fünf sechs Sekunden gebraucht hat bis er zum antworten wenn du mal dabei ist es gibt direct chat ne da kannst du direkt reden mein Gott ey jeder der hier jetzt in die quere kommt der stirbt junger ganz ehrlich das ist mir scheißegal jetzt ist nur die frage ist es jetzt müsste vor mir müsste jetzt berenzino sein wo ich den spieler ich bin auf der straße graues schwarzes hemd ja vor mir ist berenzino vor mir ist berenzino hoff ich doch ist das ist fiktig ja der hat gerade eine Leiche gelootet ja ich schließen ab ja ich glaube er schon tot und auch mehr zu tun vielleicht weg von meiner Leiche will meine M4 wieder haben ja der wollte dann empfehlen ihm zu tun ähm das sieht mir aber eher aus wie Factory das sieht mir aber nicht aus wie berenzino hier oder warte mal ich bin ja nicht am Meer gestorben sondern in der Stadt ne vom berenzino da beim Supermarkt dahin das heißt das ist ja das mit diesen warte mal warte mal ich muss mich gerade mal hier so ein bissle orientieren berenzino hat einen ganz kleinen Hafen ne aber ohne Kräne ne äh mit Kräne in der München ich bin zu müssen noch das macht das ich kann hier ich bin wenn ich da bin die ich sofort in seinem Weg ich bin mein Gott hier ist aber auch kein 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 Schild die irgendwo drauf steht ich wurde gerade doch doch da 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 ist ein Schild da ist ein Schild ich bin in ach du scheiße naja ich bin auf jeden Fall auf dem Weg jetzt dahin brauchst du Musik beim Laufen ne 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 doch was denn nein 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 doch doch nein YouTube freut sich nicht darüber ne das musst du mal anmachen wenn sie sich die Stadt rein ja aber nicht wenn ich aufnehme guckt nicht gut mal reinschneiden ins Video ja klar Prozent so es soll nicht hier raus jetzt komme ich an der Tanke davon ist glaube ich ja davon ist die Tanke ja das ist der Weg den wir gelaufen sind eben mein Gott in der Vertrauen war so zwei Bobbys und die die waren aber die war das war kein Teil dennis da wo ich hab doch gehört mit dem ganz anderen nicht noch mit dem geredet wir haben den einen Typen gesucht der mit der roten Dingens Städte die ganze Zeit um der selbst Prozent der mit dem vier hat die beiden abgeknallt aber das heißt das hat ziemlich aus und nach hinten der erste mich erst durch den Kumpel von dem anderen der auf der Straße also dem wir helfen wollen das habe ich den abgeknallt und dann hat der andere die anderen beiden abgeknallt warte ich sag mir nicht ein Zombie läuft nicht zum ach so Hasen hören sich auch noch an wie Zombies ja I feel like having a drink naja ist klar Alter von mir aus kannst du verrecken an Durstlichkeit ey aber nicht bevor ich da bin so jetzt bin ich wieder an diesem um da ich sag mal Beton Dingen da weißt du da bist du schon ja da bin ich jetzt also das heißt ich bin in keine Ahnung 10 Sekunden bin ich da 20 Sekunden so nicht hier ich bin jetzt sich diese Werbedingungen damit diesen diesem komischen Fiesta huter hier ist der Ombre naja so Texikano huter können wir gucken was da draufsteht der russisch kann weiß was da steht ich sehe den Hund ich sehe das Schiff ich sehe das Pferd und ich sehe alles so ich werde aber jetzt mal hier so einen Cut machen bis ich sterbe oder kurz bevor ich sterbe massig wenn man die Alkohol-Tinktur auf seine Wunden gut aber in meiner Stunde immer noch ja also ich bin fast da ich bin fast da so ich laufe jetzt hier links übers Feld das war an dem grünen Haus ne das grüne Haus sehe ich vor mir ich bin jetzt am grünen Haus der Typ hat Morphine ich bin jetzt an dem grünen Haus da ist die Straße ja lauf weiter lauf geradeaus ne das ist ein Zombie da hinten hast du ein weißes T-Shirt an ja lauf gleich links rein das ist das grüne Haus genau das und dein da muss ich genau da bist du vor mir ne also das ist jetzt da ist dieser Pisser da ist dieses Stück Scheiße dieses Hundekot gesichtige Affenkind ey mein Gott ey das ist aber alles am Arsch das ist alles am Arsch wo ist meine Leiche die Dichter und die war doch da vorne ne auf der Straße ja genau hier um die Eckart hat er geguckt dieses Stück Kotkind ey da 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 ist meine Leiche und da ist deine Waffe hinter das ist alles kaputt ne das nicht aber der Typ der hier liegt der hat noch ein Pristine Helm und ja meine Magazine sind alle am Arsch ja die kannst du wieder splitten wenn du die Munition rausnimmst dann ist es wieder pristine ich nehme erstmal den Rucksack wo hier ist auch noch Morphin drin naja ich habe mir gerade noch viel gegeben ich brauche nichts mehr ähm Blood Packet Blood Packet so warte wo meine 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 Wummel warum nimmst du deine Sache nicht wieder deine Weste und so ähm ist zwar ruund aber dann kannst du wieder was mitnehmen ist ja egal halt ruund ist doch egal ist egal ist egal wo ist meine Waffe wo ist meine Waffe wo ist meine Waffe ich bin die Dichter und Leiche nein hier liegt gar nichts ach so der Typ hat die Junge gib meine Waffe her da bin ich ein Arschlo ey was ich mache aber Magazin komplett leer das ist doch scheiße aber hier ist noch was ne da ist gar nichts weg damit hallo wer hat geschossen ich der war ein Zambi der musste sterben ja war fett Junge ich hab zwei Sadien Bags läuft bei mir wo das Akub Visier ist sogar nur ganz genau hooo hollamüs ja ich kann sogar die Munition nehmen die ich habe ich brauche einfach nur erdrücken das ist scheißegal da gehen zwar 10 10 Patronen verloren aber bei 280 Schuss ist das scheißegal hier ist ein 60er hier ist ein 60er da ist nun ähm Salin Beck das habe ich auch noch ähm Markus ich würde aber sagen wir verpissen uns jetzt hier mal ganz schnell hier ich habe keinen Bock hier drauf wie lange ich hier schon bin ja aber trotzdem ich schließe mich jetzt hier in dem Häuschen ein und äh keine Ahnung nein natürlich nicht aber äh ja wo bist denn du ich stehe hier in der Läuche ich hab so ein Salin Beck hingeschmissen also nein ich ah da ist geklärt also ich hab auch noch ein Salin Beck ja ich hab auch zwei so äh hast du einen Dosenöffner ja hast du ok lass mal hier was trinken ja so hier guck mal die Waffe dann warte 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 ich bin ich mach's erstmal was trinken ah ja hier die Leiche hier der hat noch einen pristine Helm und eine Axt und so alles pristine ja das hat nämlich mal gleich Maske, pristine Bombit Boots Handschuhe ich trinke was und äh Hunger geht weg das ist doch nicht normal ja das ist normal äh du meinst hier mit dem roten ja genau der hat noch alles was oben da leistet pristine also Rucksack und so ja nicht Rucksack sondern Helm ja unter Maske warum hast du dich denn? Maske auf weil die kaputt ist ich kann aber nochmal gucken gehen Alter ich hab hier 23 Frames ey das ist doch ein Witz ey warte das hier war ja meine ja meine oh das ist meine Leiche hier hallo jetzt zeig doch mal an hier hallo hallo nobody ich bin es dein zweites Eich Junge jetzt zeig doch da würde ich mal sagen jetzt zeig kurz mein Tab bringt doch nix oh kein da 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 irgendwo da 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 ja Pelé Maske Damaged Scheiß drauf die zieh ich jetzt an ey weg mit der Scheiß da ja anziehen so ich hab wieder die Pelé Maske auf sooo ähm komm mal hier ins Haus rein und dann geh mal rechts in das Ding rein Markus 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 da bist du äh ich bin ich bin hinter dir hinter dir hinter dir wo bist du wo bist du in dem in dem in dem Haus drin da ja ähm da warte ich mich die Leiche verstecken ja warte können wir ja gleich machen warte mal kurz nein 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 zeigen wir mal Sarraza wie das geht hier mit dem Salinbeck warum was willst du dir damit machen dir geben warum ja die sind ja die ziehen die ziehen den First Aid Kit ziehen die auf ne Spritze rauf und in die Kanonen rein die Trottelkinder Junge und dann nehmen die auch noch Slug Munition und wollen die auf ne 44 Magnum drauf ziehen ja natürlich ja klar passt ja auch ne Schrotflinten Munition in den Revolver rein ja hallo ja warte mal aber sonst mit dem ist alles ruined da brauchst du eben noch nach alles ja ne warte warte Messer ist auch naja das ist auch gebraucht aber die Dose ist 100% und Alter der war total voll gut equipt Alter was heißt der war richtig gut equipt der blutet noch aus dem Kopf Alter du Huren geh mal weg geh mal weg geh mal weg da Scheiße Scheiße Alter Junge mach das nie wieder Junge ist mir egal Junge das musste sein jetzt hier Alter zweimal wurde ich von diesem ach so warte mal man kann ja man kann ja den Heiden und dann steht doch da glaube ich wer das ist ne ähm warte ähm ja ich würde auch gerne mal die Option bekommen hier hallo ausgehen nein warum warum wird mir nur Inventar angezeigt ja ja mach du das dann 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 sag mir wer da war da wird aber nicht angezeigt wer das war der verschwindet einfach ja gib mir ein Saline back du wolltest es ja komm hier rein haben die M4 auf der Straße gesehen Schötelei jetzt hier ich hab ne M4 auf der Straße gelegt ähm 3 gib Saline back ja ja du bist durstig du kriegst gleich was zu trinken oh Alter leck mich am Zucker nie ey ich seh wieder Farbe hast du Farben? oh wie ey ich bin voll Farbe ja jetzt kann ich was trinken hier ähm Alter so viel Farbe hab ich noch nie gesehen what the fuck jetzt ist nur die Frage was macht man mit diesem braunen Injection Dings da was für die Spritzen ja pff ach du scheiße ich hab sogar einen Dosenöffner läuft doch Open Can Beans erstmal was trinken hier Alter leck mich doch am Zucker nie ey hab ich jetzt Farbe ja das ist auf einmal so ein Blitzschlag ne von Grau auf Farbe das ist so hammergeil ja ich hatte ja schon Farbe aber jetzt auch immer so Farbe ja okay so Tür schließe dich Tür schließe dich wie viele Leute sind noch auf dem Server? jene Menge ne ja das meine ich ja wir sollen ein bisschen looten und dann uns verpissen also ja aber ganz weit weg ne ich mein Richtung Küste laufen ja aber aber weg von Elektro oder oder Cerno da auf gar keinen Fall mehr ne Richtung Richtung Elektro also auch auf dem Weg an Lotomoyen wie wir sehen Batterie weg Taschenlampe weg die Scheiße braucht kein Schweinjungen ganz ehrlich jetzt hier oh ich hab immer noch den Kompost das so Morphine kommt erstmal dein das kommt erstmal dein Blut da und den Dösen öffnen ne ne die Dösen öffnen muss ich das mal Sardinen ich hab auch noch Sardinen das mal die ganzen anderen Leiche verschwinden ja mach das ich räum mal hier ein bisschen auf Alter leck mich am Arsch ist das Farbe ey geil ne ja warte mal was kommt da hin das kann oh ich hab sogar noch Reis 20% Reis Reis Schuhe Schuhe weg mit den Schuhen mein Gott dein Schwanz so das kommt dein Leiche von ihr ist noch deine Taktik Taktikweste also UUK so ok ne hab ich nicht an hab ich nicht an nein hab ich nicht an ja die liegt nämlich oh meine Wüste hab ich dir jetzt verschwinden lassen aber aber nein warum hab ich die denn nicht aufgenommen da hat er die neuen Jume 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 hä hab ich die jetzt angezogen ja du hast sie am Boden bei mir bei mir bei mir sind die zwischen den Beinen ja ja das ist es nochmal die geht gleich hoch hallo da zwischen den Beinen da darf ich die Leiche verstecken ja ja wenn ich hier zwischen den Beinen habe ist mir da der alt so wie kann los zwischen den Beinen Jume das muss man noch zu den anderen das muss man noch zu den anderen Beinen gehen ja so aber ohne ohne äh Waffe im Anschlag geh ich nirgends hin jetzt ist es langsam nicht hallo was macht ihr denn hier nicht ducken dann legt mich im Arsch zum Schluss was macht der denn hier ist er, ist der, ist der behindert was du denn? guck mal wie man da läuft ha 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 guck dir das man jo, what the fuck Junge ich stehe sinngerecht ha 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 Junge was hast du für Krämpfe Drück mal zwei mal alt. Oh. Der kann wieder aufstehen. Ja, und genau hier stand der. Genau hier stand der. Ja, ja, ich hab den dann abgeschossen. So, der hat nichts mehr. Den hier hab ich abgeknallt, den hier. Ja, und der rechts, der hat auch nichts mehr. Und der, den hat... Warte mal, das bist du. Das ist deine alte Löcher. Ja, stimmt. Genau, von hier stand ich hier und hab da noch hin und dann war ich tot. Mann, 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 ey, denn das lebt mich am Zykali. Ich hab dich viel zu spät gesehen, deswegen. Ich hab nur noch die Waffe jetzt in der Hand. Egal, wo ich langlaufe, ist mir scheißegal, ey. Was ist denn? Supermarkt... Supermarkt ist ein Feuerlöcher drin. Ja, kannst du Feuer mit löschen, ey. Leck mich doch am Zykali, ey. Kein Feuerlöcher drin. Leck's mir am Arsch. Nee. So, und jetzt, wo wir denn? So, und jetzt, wo wir denn? So, und jetzt, wo wir denn?